Who is that Pokemon? It's no way for you! Bot-Set anfangen mit Pull und einfach Invade-Level-Dial. Ich werd hier das... Wenn wir Top-Rund-Mitch-Pryo haben, ist das absolut 3, ne? Haben wir auf jeder Land einen Pryo? Ja, ne? Ja. Aha. Äh, wie spielen wir... Ich glaube, ihr pullet... Hier early mit irgendwie... Mit Rakan. Rakan kann cheese'n, ne? Keep in mind. Kann ich für den Ward dann gehen oder wollt ihr irgendwie zu 5 staken? Ich werd weg von euch, Partner. Ich weiß nicht, was euch der Ward gibt. Und ich will auch einen Pull. Okay, dann fuck das Ward. Auf Pop dann? Ja. Dann covern wir unseren Jungle. Ich steh hier, ihr könnt die normalen Passings haben. Alter, ich cover nicht, ne? Ich hab das letzte Mal auch nicht cover'n. Ich cover dann safe hier oben einfach. Okay. Wenn das dann eine Idee ist? Für mich ist das safe. Kommen wir irgendwo ein Ward rein? Wenn ihr wollt, können wir jetzt hier reingehen. Der fängt... Ah, okay, der baitet. Das ist aber ein Bait. Würde ich sagen. Schätzen. Ja, ich eh nochmal hier. Ich weiß nicht, ob das für dich weib ist, Freddy. Aber wenn du jetzt... Warte mal. Die wollen vielleicht latent werden. Der steht hier die ganze Zeit. Die wollen vielleicht... Also, die wollen vielleicht am Red latent werden. Aber die haben keinen... Nein. Nein, nein, nein. Der Level 1 zackt schon. Okay. Ich mein, die könnten reinflippen, oder? Könnten sie, ja. Wenn sie angespannt sind. Die werden hier reinlaufen, Skilly Q, und ich hab'n Freestun auf zwei. Ja, wir gewinnen schon mal. Ja, wir gewinnen schon mal. Alright, nice. Also, wenn wir prior top und Mitte halten, also auf der dritten Wave, dann gehen wir invaden. Wir probieren, so viel Zeit wie möglich rauszukriegen. Okay? Geht nicht um Camps, oder? Es geht um Zeit. Damit ihre Lanes fucked sind. Standpage, Freddy? Ja. Gut. Geil. Ja, Sir. Rotland hat gepullt. Ja. Wobei, die kann man dann verwendet haben. Ich hab'n wieder eh geskillt. Die haben ziemlich sicher unten angefangen. Das ist auch in Game 3 gemacht. Ich hab' Outrated diesmal nicht, deswegen kann ich dir kaum helfen mit dem Traitor. Aber dann, nice job. Arakan hat River geworden. Die hatten Angst vor irgendeinem Level 2. Also, ich mach' jetzt Raptoren, und dann gehen wir Tops in den Raiden, okay? Nicht so schnell pushen. Top Prior Held? Ja. Wenn ich gleich der Zeit bin, ist gut. Ich hab' die Wave extrem mal perfekt präferiert. Schön. Die Wave eben noch. Dann war' ich. Ich hab' meins auch noch. Okay. Dann drücken wir die rein. Und dann geh' ich weg. Wir werden jetzt den Scheiß, ah. Wave drücken wir rein. Die ist gerade ein Raptor, dann ich geh' drauf. Ja, das meinte schon. Wir können direkt red machen. mittels auf jeden fall gebunden und ich hatte sie schon mal kann ich habe es weiter nach oben ja ich bin ich habe ich muss wieder mit aber nicht ist doch stoppt oder die kann das hat schon schon mal jetzt schon ich kann die bei kollapsen ja aber ich habe noch mal die ist noch daran soll ich auch hoch kann ich schon mal ich bin jetzt ja ich kann ja dann kann man auch kann ich nicht nur durch die ist übelst du musst dich durchziehen nein nein das ist alles wir hassen uns ja ich werde die pink worden der wird hundertprozentig zur bot crap gehen hundertpro wir haben zwei potions rein wir können nicht fallen ja er will noch stehen bis er den merks hat ich gehe jetzt weiß weiß in welcher der botseite oder macht er die krabbe wir geben das einfach auf oder es ist fein was sie da machen wir kontesten golems dann oder raptor je nachdem wohin sie geht ich habe pickaxe advantage wird mir ich zeige mich kurz auf bot denn ich muss level drei holen wenn wir hier verraten oder die oder das solltet ihr kannst danach zu den golems gehen einmal können wir können ich holen ja kann sie erkennen ich glaube jetzt rein ja die sind dran die sind dran die sind dran dass wir gehen hat sie nicht bekommen hat sie jetzt actually nicht so war der hat angefangen wurde rausgefragt ist so tätig der macht jetzt kommt der macht jetzt kommt ich kann folgieren ich bin dann über ein level er hat das einzige was worauf wir aufpassen müssen ist die könnten dragon machen haben wir ein wort dafür dann darf ich meinen ich würde hier für ein pink board gehen wenn ihr wollt da kann ich da kann also die hat auch einfach kein nix zu tun die weine das ist ja das ist ja wie reagieren kannst du vielleicht auch wenn wir nach gewinnen oder wenn die fließen da ja kann ich mich ja achte auf die ja kann er hinbekommen aber na kann hier sein gut kriegt ein über sein ein klein habe ich das ist die tipp pause der wurde so in den arsch gefickt also der hat keinen bock mehr auf das game ich hatte keinen bock mehr das ist unser größter feind ja ja ich würde sehr gerne jetzt meine topside camps nehmen top krabbe nehmen dann bin ich level 6 und kubik und dragon vielleicht konnte das problem ist sie hat so wenig zu tun dass sie vielleicht jetzt einfach dragon flippen könnte sind wir stark genug also haben wir preio genug dass wir den dragon ohne mich contesten könnten ohne ich muss erst ein reset reinkriegen leider wenn ihr preio habt habt ihr preio also wir haben preio kontesten wir geben unser bestes ist ja nicht level 6 also ich glaube wir können ich muss noch ein reset finden weil ich gerade zu den raptoren gegangen bin gut gut alles geil sie hat flash right ihr müsst auch nicht full move und ihr könnt einfach nur so tun dann geht sie vielleicht raus weil sie anstattet das geht einfach zu ihren crux oben da ja genau wenn sie zu den crux geht dann ist eh kein dilemma ich habe redig geschrieben na sorry falls das ne ne ja er wird gleich meganer sein dann nach ist er für mich maybe killbar mal gucken ok wenn der meganer hat könnten sie vielleicht mal eine topside invaden er wird auch mit level 6 meganer sein also nach der canon way 4 aber also ich bin strong ist der referee im wixen oder was ich will spielen was ist hier los der entspannen hat tft am handy gespielt hat sich herausgestellt ich bin auch hype let's go alter ja das ist geil stopp wieder stopp wieder bitte nicht übermütig werden ja nicht mal vor ich bin so eine geschmierte maschine deswegen würde ich einfach gerne weiter machen ich verstehe das voll das ist super blöd für uns die pause aber wir müssen jetzt halt wir müssen warten deswegen haben sie ja gepost deswegen nicht in deren ich gehe gleich mal in die füße waschen wenn es so weiter geht ok der kord ist folge topkrabbe level 6 harry a drake fight right genau aber falls wir die wahl an den golems nicht sehen dann invaden sie entweder topside oder sie sind am dragon am dragon ok wir nehmen hier einen 2v2 tophand fight so aber ich muss wahrscheinlich warten bis du die wave nimmst ich muss nur abgeben wahrscheinlich dann erstmal ne glaube ich nicht eigentlich das könnt ihr doch nicht ernst meinen hallo ref das könnt ihr doch nicht ernst meinen haben die wieder strom aus die haben vielleicht wieder strom aus die haben gesagt wir sollen das spiel pausiert lassen bis der internet wieder da ist diese na das ist nicht dein ernst das ist doch nicht das kannst du nicht machen als referee what the fuck das ist so unprofessionell die können doch uns jetzt nicht aus dem spielflow wenn wir so am abrasive sind rausnehmen sag mal wir wollen weiterspielen weil wir viel spielflow behalten wollen das ist also uns wichtiger aber ich meine nicht im alter sondern haben die im disco erstmal den referee fragen also das hat spielflow ist komplett disturbed ob der wirklich komplett am leben vorbei rennt der man aber Leute wiederholen bitte alle punkte nochmal ja wir spielen für topsidecamps falls sie sich an den golems zeigt ist das free falls sie sich nicht an den golems zeigt wird sie zu hundertprozentig entweder zum dragon rennen oder zu blubuff invaden deinen blubuff ja ja mit nah prio mit nah prio weil sie haben nah prio und ich muss resetten ich kann aber tatsächlich direkt resetten auch wenn dann der timer schlechter ist ja ne ich sollte gleich auf die mal wieder ich glaube nicht dass die invaden können die sind verzweifelt vielleicht sind verzweifelt ja guter punkt also vor allem aber ich brauche einen cannon minion und die weiß immer wanted zwischen uns beiden ne der hat flash aber ja ja it doesn't matter nah ist nicht so leicht zu killen der hat mercs er hat okay aber der nah one shot mich auch weiß ich bin ich reinig ja der glaub mich auch aber er hat nur mercs er hat nicht viel damage also er wird auch nicht langer mega nah sein wenn er die wave pusht hat er noch so 5 sekunden mega nah toni was sagt der discord äh sie machen das spiel gleich weiter aha okay wir warten weil die es nicht weitermachen hier leute bei war gerade immer jetzt noch bei den raptoren sie können nicht board sein äh darf ich nochmal einmal die frage stellen kann ich okay okay was ist das für ein geräusch das ist terrible sorry holy shit agrin kannst du mich hören ja ähm wir können die bot lane hier rein pushen und dann hätte ich echt schon eine gute base aber wir können auch stayen also wir können auch bot lane stayen die nächste wave auch noch hart pushen um ab zu uns secure dass die nicht den raid nimmt ja was willst du zweites okay ihr könnt von mir aus foggen so true als wenn ihr base aber ihr habt ja keine prior ne doch nein wir können die prior immer holen ref like please ref jetzt regt euch nicht auf das bringt uns jetzt nichts was passiert wenn ihr permanent bleibt und ich nach meinem reset zum dragon kriegen wir dragon ja wir sind wir sind evenly strong aber die hat nuncruver ne du hast cool ja wir sind evenly strong okay wir sind evenly strong wild champion ja ich hab echt bauchschmerzen ja mir ist mir war vorhin steht kurz auf notfalls oh das ist ein guter call 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 macht eine kniebeuge dann finde ich vollen fokus kannst du mir mal unterholen kann ich was hast du gerade gesagt mal weiter machen es geht vielleicht weiter jetzt ich denke dran die sind noch viel mehr gestresst als wir das ist scheiße aber jetzt wieder wir haben einen plan und den verfolgen wir jetzt spröcki beruhigen sie sich der rev wird auch einfach einen stromausfall gehabt haben ne ja dem anderen einfach einen spannenden stromausfall und der kann gut ein luckieres und ich nicht da sind das gibt mir wieder so viel zeit sich zu beruhigen ja ihr könnt weitermachen wenn beide teams ready sind schreibt ready in den chat ok ja die gegner wissen nicht dass sie ready schreiben sollen actually können wir kurz noch eine minute um mir Zeit geben meine Hände zu waschen ja nochmal aber beeil dich oder naja ich hab grad was geessen hey Leute Viwa bei Raptoren sie wahrscheinlich wird sich Top F zeigen er Top 9 bei Krux zeigen wir hoffen dass sie sich Krux zeigt weil dann ist unser Plan genau richtig wenn sie es nicht tut dann matchen wir einfach den Drag genau und das ist immer noch alles gut ich muss den Reset nehmen und Botlane Verschlepptempo damit wir Drag contesten können genau yes damit sie auch keinen Free Dragon bekommen weil das ist die zweite Option Viwa ist arbeitslos das heißt sie ist Desperated Desperation Plays are incoming einfach nichts damit zu tun um mit rum versuchen auch was zu machen Argon ist nicht klar das ist der einzige der das hören kann also ich mein ich kann auch mit der kommen aber wenn wir für Drag spielen hab ich können ich bin mit der Pläne das ist schwierig Argon dir ist klar dass du dich nur ganz schwer was ich meinte Argon ist es die können was um mit rum machen ach so ja 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 aber die ich werde es für erst Level 6 kriegen geht das Game irgendwann wieder weiter oder jetzt ready einigen wir uns auf Unentschieden beide kommen die ja dann machen wir an Pause ne ja ich an Pause das heißt einfach alles coole die machen nix die ppt ist raus er ist jetzt 15 sekunden mega er hat keinen Timmer natürlich kein Timmer die Scheiß für die Kappe zu gehen du bist fein du bist fein ich hab ein guter Gegner gehabt ja aber wir können wir contesten wenn du möchtest ich bin ready Ari Ari ist missing Ari ist missing ich spunt in 15 so ja ich kann dann sogar den Ludaufweg nehmen Ari könnte bot kommen Ari ich glaub mit dir mit Agro okay hier lang Vorsicht bot bitte Vorsicht wir müssen auch connecten wir können hier ja wir müssen hier die haben jetzt Tempo ne die sind jetzt schon in deren Base okay ich wurde gecancelt du kannst stay in für XP ich hab Level 6 Advantage will den Drake damit machen? also Rakan ist Mitte Rakan ist Mitte Rakan ist Mitte also die weiße bleibt auf der Map für deine 1000 Gold sind scheißegal ja Rakan ist Mitte die wollte gerade reingehen die wollte gerade reingehen das heißt Vorsicht um mit rum ich vorgehe für dich Fred ich vorgehe die haben keinen Entwurf auf mich der Rakan ist hier auf jeden Fall gerade Mitte der Rakan ist hier wollen wir fighten 2x3? ich kann runtermoven ich kann runtermoven ich hab Poolfall Rakan ist auch da Rakan ist auch da die macht gerade den Blue bei mir ist Rakan ist immer noch auf der Map komm mit Kani war jetzt auch hier Level 6 schon wir gewinnen hier okay die Ari und so ich gehe gerade auf die Serie die muss raus wir können jetzt in den River rein fighten in den River rein fighten in den River rein fighten okay gut kann ich bot den rauspushen? ja push bitte die Ari ist keiner drin ich gehe wieder nach unten okay könnt ihr bei alle Waves rauspushen? ja die sind wieder reingelaufen hinter dir die weit könnte gerade bot sein Achtung ihr müsst passiv laufen bis ich bin durch Connect okay bitte gehen sie nicht da jetzt bitte ah schön 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 okay jetzt jetzt hier rein hier rein hier rein hier rein wir gewinnen da wir gewinnen wir sind da 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 die kann ich mir erstmal alle Flashes ne alle drei ne also sie er wobei X-Jiraka nicht oder doch der hat der Panic bisschen runter der musste flashen sonst hätten wir erstmal hingeholt nach der Mitspray würden wir würde ich sehr gerne den Harald also dass du Harald checks okay mach ich ich komme da hinten brauche ich einen Pärzkamm oder kannst du wann wir tun Rakan 2 äh der Rakan ist mittegebased also ich kenne die Weile auf jeden Fall aufhalten gib mir ich muss kurz nein nein wenn ich den Ken Minion bekomme fuck dann hätte ich schon also auch resetten wahrscheinlich hier kannst du da machen ich brauche ein Minion das wäre so huge wenn ich jetzt schon Vision habe ich brauche gleich noch ein Reset ich habe wieder TP ok jetzt bin ich actually der Harald is kind of free für den ja ja Rakan ist auch schon ich habe meinen Recall hier erinnern aber ich bin jetzt ja sehr schwach da kann es auch bei dir ich werde Rakan ist auch da oben und ich bin stärker als nah wir haben keinen Tempo wir haben keinen Tempo gib den Harald ab wir kann nicht wir können Rakan mittelmoven theoretisch actually Karne du kommst wir gehen Bautetcams nehmen brüch die machen gerade alle zusammen Harald kannst du den Grump up kurz machen kannst du nach unten kommen danach oh dann camp ich hier lieber Kandi du musst hier gleich ready sein die ist glaube ich vielleicht stärker als ich Komm nach unten Ich kann nicht nach unten kommen Ich hab 2k Gold und kein Mana Dann nehm ich nur die Grom und geh raus Ich brauch aber 6 Sekunden für mein Smite Ok, ich würd dann unten wieder mit Brücke connecten Ich geh nach dem Plating Base Ich geh auch Base hier Ok Also actually da war Worth Wenn wir mehr bekommen Wir müssen jetzt nur noch Heritage Play Defendern Hast du die Grom genommen oder war das jemand anderes? Ich war das, ich war das Geil, ok sehr gut Die haben jetzt gerade wieder Tempo of Y Aber sie muss eigentlich Aber wenn Rakan Botland ist, dann werden die Nichts machen wahrscheinlich Ja, ich glaube wir fahren jetzt einfach weiter Und die fänden den Herod, ne? Mhm, schon Nur einen guten Spot Die haben die gerade aufgebaut Können dafür spielen Wir sind nicht divebar, wenn Karni bei mir ist Ja, die können bitte was machen Ja, ich bin ganz hinten Und ich pass wieder runter Ich pass wieder runter Ich werde die erfogen, ich werde die erfogen Eigentlich Der darf das Wenn ich gleich da bin, darf das nicht mehr Ich verstehe nicht Brücci Muss die Weih respektieren Mehr nicht Ja, ja, ja Und jetzt gleich wenn Brücci move kann Wir fighten, ok? Gleich wenn Brücci kommen kann Die facethecken mich hier Warte, nein, nein, noch nicht Wir brauchen A, wir brauchen A, Sivir und Cassio Aber dann gehen wir hier rein, ok? Look, 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 Freddy Der Rakan ist hier, der Rakan ist hier Auf die Serie dann, ja? Auf die Serie hier? Ich geh unten lang Die gehen für mich einfach, ja Nein, nein, die gehen Ich hab dich cancel'd Die ist tot, die ist tot Die ist tot Hast du? Ich hab B-Spell geused Stopp Ah, die war schon tot Hat der noch B? Ja Die haben alles auf mich benutzt Nice job, schön 2 Ult, Ari, Ult, Rakan Wir können Mitte, die Töts Wir können Platten nehmen Wir können Platten nehmen Ich geh dir hier für Mhm Guck mal nach Hanifut hier B-Spell in 5 B-Spell in 5 B-Spell in 5 Äh, kannst du dir hoffern? Die müssen eigentlich Mitte jetzt Äh, sind die hier hinten? Acht, ne, wartet mal mit der Rakan Oldeal Vielleicht hat er die noch Wie heißt die? Lasst zusammen zur Kappe gehen Und dann könnt ihr Platten Grand entrance Dass ich jetzt das nachgucken sollen Bitte base Ich hab eine Mitte 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 Eineinhalb Minuten Dragon Sie wird nicht geflasht Äh, Siri Nein, ist sie nicht Nein, die ist nicht Nein, jetzt spielt kein Flash Nice try oben Ich hätt die Banner gekippt Wenn ich auf ihn auf Q I think Ich glaub ich stay in da Äh, Brücki Ja Ich würd hier Die wollen vielleicht ein Haraldplay-Bot Ich würd in dem Game Gern Lockett gegen den All-In-Burst gehen Oder Fühlst du du brauchst Shurelia in dem Game? Nee, wir haben Lockett Ich Eine Minute Eine Minute Scheiße Ich hätte ein Argument gegen die Lockett In zwar Serie Ich glaub das ist einfach nur Schon zu spät oder? Aber ich weiß nicht Nein, 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 nein Ich kann noch beide sagen Liebe Schwägel Na, das müsste er sollte weg sein Genau Ich bin da, wocha auf Ich bin das seit Aber könnt ihr das anklären? Ähm, und gern Ich hab kein Flash ich kann besser kämpft keiner für free ich werde danach wieder botlen laufen nach kein flash stop dragon in 40 aber wir halten den auf alle fälle oder ich ja muss ich dich ich glaube ich bin fein im sinne von du kannst klären ja ich kann wir können nichts machen jetzt mit der wahl wieder für den play mit gucken wir wollen jetzt hier und hier wischen holen und extrem aggressiv kommen kann nicht so weit nehmen botlen nicht und dann und dann fangen wir in den jungen rein oder in der ring ich habe nur noch ein pink war aber das ist einfach oder ja wir können wir können für die weihe gucken hat die flash ja doch hat wieder hat hat alles wieder ab hast du den grump bekommen wir haben die pfange anfang 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 die wir haben sie top 30 für store spielte also mit hä Александер vor wach ist missing so das top für kostet marie is missing wie kann eigentlich meetup gang gegangen es bind slash der serie war bass ich könnte euch vor schweizer opsch leiteten okay ich werde mir das heute von den tiernischen herrels ist wieder auf der märz im ist aufpassen und weil wir das ganze trainiert für dich ich habe wieder kommt genommen also nicht dann muss ich nicht zeigen kannst du top kommen ich will sogar ein play auf den lights machen er hat kein fleisch ein bisschen ich hatte ihn hatte er hat er hat er noch alles ich die durch aber die sind hier die sind raus geht raus geht raus kann ist auch um da kommen ich habe ich kann kommen ich komme auch wenn ich habe keine ich bin sehr lustig ich habe direkt rum ich kann mich halten gehen gewinnt verschwunden alle hat alles haben glaube ich wenn ich damit die piechern ich habe ein wort noch erbringt kannst du mitte raus pushen und dann also ich will ja habe ich will sind raus alle außer weil also wenn ich da bin ist sehr free aber sie muss erst kommen ja ich bin neuer als den glöckchen das links lang okay links lang immer gerade krabbel gemacht noch glaube ich glaube aber ist gerade begangen du kommst jetzt mit ich kann dann kann das spot er kann über die brauchen dich hier waren da kann dort hat die kleinsbrücke ja hat sie ja hat sie direkt halt einfach viel weiter und richtung ja ja hat sie okay wir spielen es einfach 1 2 1 ja wird hier noch mal werde ich mitte herrten ja aber dann holen wir erst ein zeitländer ab also wir wollen können und dann mitte gehen ist gut aber nicht jetzt einfach so glück ich bin ich glaube ich habe ich keine old gerade ich gehe dafür aber kann das bei mir habt ihr genug cdr dass die ab ist meinst du ich gebe an auf jeden fall die respektiert dann lasst missile laufen freddy wir werden jetzt die recall gerade wir kriegen wir kriegen einen tölt und den scharf das objekt ist dann einfach der dragon oder wollte oder wollte ich die davor noch für top spielen wir müssen nach der base dann boss hat retaken der rakan hat hier wenn ich für drang spielen muss 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 kassel runter und cdr top jetzt ja ich habe eine mutung ich gehe top eine mutung auf tp ich habe mal einen alter hat ich bin extrem stark mein damage ist nicht gut aber meine utility ist huge top dumm ist eh der tank also hier genau wir gehen hier rein und retaken hast du deinen sweep aber mein hat noch cooldown freddy hat wieder flash wir müssen mit brüch freddy freddy du auch nicht ich nicht nach action ja das auch noch nicht gelaufen was ich als wohl gepusht und dann sobald jemand mit einem kämpft auf dem land das welt aufs ried war 12 aus überwann ist einer sehen ja dann nehmen wir deine eigentlichen mit dem mitte 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 kollaps auf dich muss station auch ich kann mich aber ich kann aber du musst blau lassen wir können jetzt die wissen ja ja ich dachte ich muss hier Hast du hier schon gesweept? Ne, mach du Warte Ari is back top Was haben sie gerade benutzt? Komm zurück, Mitzel, komm zurück Mitzel, komm zurück, Mitzel, komm zurück Wir haben Mitzel benutzt Wir gehen auf Karni Wir gehen auf Karni Ich move hin, ich move hin Not bad, not bad, not bad, not bad FTP hat's ready Sorry Hier, weiter, hast du noch dein Shield-Ding? Ja Wird vom Gnar ein bisschen Wie weit? Alter, geil, Mann 2-6 Wir kriegen Dragon Wir sind so gut Ich hab's mit Shield auf die Standarte zu beat, ne? Es war instant Das war Eiger sogar Äh, Mitte und Hotwake, Mitte und Hotwake Mitte und Hotwake Sorry, ich verzeihe Ähm Und dann Drake alleine anfangen Weg holt er ja Kannst du den actually soloen? Ja, das dauert ewig Das dauert ewig, das ist nicht gut Ich komm nach der Wave Ich komm nach der Wave und komm zu Drake Ich würd gern farmen, weil Ich komm nach der Wave und Helm Ich hab danach Zeit Mein Jungler hat zu mir gesagt, du bist gar nicht nah Nur, dass ich wüsste Ja, ja Das ist das, was er gerade gesagt hat Oh, da bin ne Chrome Oh Geist, ich hab grad so Ich bin grad so fucking nervös, ey Alles gut, das kennen sie super aus Komm runter, komm runter Super gut Was meinst du, wir stehen da an der Es geht Chrome? Die könnten Desperation-Effern und Punkt machen, ne? Also, wir haben nichts anderes Jetzt, gerade Haben wir ja noch? Ja Ich muss beim Nash sein Ich muss beim Nash sein Wir oberloden jetzt Guck die Bot-Effern Ja, wir oberloden Vier Top-Lane Vier Top-Lane Actually Ja, vier Top Einer Mitte nur Wer ist am wenigsten angefärdet? Ich Ah, ja Dann geh du Mitte Alle anderen Top Wir können doch nicht Nash'n Wir sehen alle Wir holen Nash'n Wir spielen für Top-Lane T1 Guck der Bot-Lane-Wave an Wie viel Zeit wir haben Lassen wir bitte den Watch Ich brauch noch Mythic Soll ich Nash direkt pinken Nein, nein, nein Wir gehen für Top-T1 Top-T1 kriegen wir for free Ja, sind schon hier Wir werden Bot-Hört nehmen, ne? Ich kann sich aufhalten jetzt Ähm Die sind alle hier Ich werde Top-Moveens-Series mit So, wir können wir tun Wir können wir tun Die Waves schon weg Die Waves schon weg Die Serie hat kein Flash Die Serie hat kein Flash Jetzt kannst du das pinken Wenn du möchtest Wenn wir nicht Nash'n muss ich bot gehen Ja I'm in der Ton bei eh Meines Spiels nicht mehr Ja, wir haben getradet Aber ich meine Äh, sieh wie gesagt kein Flash Ich könnte sie anflaschen Oder ist das so in Wir sollten mit Brücke spielen Der Brücke ist sehr, sehr big Ich gebe dann mal kurz drei Minions Drei Minions Lass einfach Red invaden Lass einfach Red invaden Okay, die zwei reichen Warte auf mich Seht ihr an TP eine Minute wieder, okay? Keine Summs-Conner Wir move'n hier rein Wurde gecharmed Haben wir sehen Aber also, passiert nix Ich nehme aber nur Red Ich werde ihn smiten Also, ich glaube wir können einfach für Ressourcen Denkt an TP Advantage von denen Ich hätte möglichen Base Ich habe einen Spiel Ein Spiel kein Shield-Bow Ein Spiel kein Shield-Bow Wir machen keine Spiel Wir spielen für's Du kannst bottling gehen, Kassi Oder nach der Metroid Okay? Den Typen einmal rauspushen Wir sollten Overloaden Oder Sibi geht Overloaden Ich hoffe, er wird es nicht rausgepuscht genug für Overload Sibi könnte auch gehen, ne? Ich komme jetzt runter zum Overloaden Er hat er mich hier raufgejumpt Ich geh bitte dann Ich komme langwehe Wir wissen nicht wer da ist Wir wissen nicht wer da ist Ja, mir ist dauert zu lange Ich glaube, ich deswegen kriegen kann ja Nein, nein, doch, doch, doch Also, noch mal Kannst du den Ulten oder so? Nee, er hat gleich Minina Ich kann Q-Ulten gleich Dann kriegst du den Dash Wir werden da hermoven Nice Oder er stirbt einfach Das ist einfach das Wir machen keinen Dash, ne? Nee, die beiden sind unten Nee, die beiden sind unten Ich lasse dich woher Ich geh einfach weg, ja? Ich hab die PIN 15, ja Ich bin aber, ich muss davon noch racen Ich kann wieder hochgehen Ja Aber E-Q in der Nash-Version ist halt insane, ne? Aber wir spielen einfach für Soul, ne? Ja, wir spielen für Soul Ja, okay, okay Ich will das gerne nicht flippen, ne? Ja, ja Haben wir Top Third Defendant noch? Ich bin auf dem Weg, aber ich glaub nicht Wir kriegen kann, oder? Ich kann Ich kann Kannst den abgeben Gib ihn ab, gib ihn ab, gib ihn ab Also, wenn keiner nimmt Kein lokales Gold, meint er Ich krieg kein lokales Gold Baut dich schon, aber der Rest nicht Nein, auch nicht Den baut dich schon Die baut dich auch nicht Nein, 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 nein Die haben keinen Bock an Hast recht So, wir können jetzt permanent Mitte Into Top spielen Oder wir gehen Mitte Into Bots Ich hab so viel Zeit Ich möchte Mitte sein, ja Leute, wir sollten Mitte gehen mit mir Und ich forse Weil ich will nicht Bock an sein Okay, auch gut Siri hat wieder Flash Mhm Wollen wir Nash Wollen wir... Wir haben hier gerade Vision Die holen Vision Die paniken am Nash Lass full Dragon Vision gehen, guys Lass noch eine Wir haben insane Nash Vision, ne? Wenn Kassio kommt Können wir hier easy Full on Reinfahren, ne? Kassio, kommen wir einfach zu zweit Nash-Arten, du und ich Nein, 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 nein Die haben full Vision Na, grupt gerade Lane ward, lane ward, lane ward Guys, können wir den Blue Contest jetzt? Wir sind gerade nicht da Ich mach den Ward weg Könnt ihr kommen? Guck mal, Ari hier auch Ja, ich bin in Proximity Ja, die sind noch Mitte stuck Der Blue ist gone Was dem Blue? Weiß topside Gehst du Wave noch? Da waren zwei Die wollen Nash-Vision reclaimen Ich würd die sehr ungern abgeben Mit zu Wave into Nash Die werden versuchen Nash für Soul zu train Bald muss jemand Botlay overloaden wieder Ich kann jetzt wieder Bot gehen hier Ich geh wieder für Bot Wenn wir für Seed spielen geh ich aber Bot Soll ich einfach schnell? Okay Ne, ich komm auch mit Achso, wir machen einen Playoff denen eigentlich Ja, und mir hat gleich wieder Flash Wir machen einen Playoff Denk an ARKTP Wir können es nicht matchen Ich würd gern Basen Ist nicht gut Eine Minute Drake Eine Minute Drake Geht nicht dafür Geht nicht dafür Ja, ist nicht gut Vorsicht, dass du nicht Nash vorsetzt Vielleicht collapseen die auf dich Bist du fein? Brücki, wann hast du IE? Brücki, wann hast du IE? Dauert noch, dauert noch Okay Geht zum Fight Ich glaub ich geh jetzt Base Wir öffnen Mitte Aber wir brauchen Casio Bot eigentlich Ja, machen wir gleich Weil sonst hat der Nahe Pressure Ich slowpush hier nur die Wave an Das heißt die wird slowpush In 45 Sekunden, ne? Ich geh jetzt Base und komme Und dann retaken wir über Mitte Guys, lass über Bot Lass über Bot Wir fighten Mitte Ich TP Kann doch campen maybe Wir sitten Slowfighten Slowfighten Wir haben so ein Shit redet, eh Können wir Nashlen, können wir Nashlen Nein, actually Wir können Mitte Wir müssen sogar Ich werd resetten und dann komme ich Aber wenn Casio Gewinne es C-Ultes raus, Ari-Ultes raus, Vy-Ultes raus Wird mega nach Forsten können Nice Der ist rausgejumpft Ja, lass den jetzt anfangen Lauf auch hoch Ja, aber okay Ich hab keinen Null zum Turn Ich hab keinen Null zum Turn Ich geh flanken Ich geh flanken Ich geh flanken Ja, wir fighten noch, wir fighten Look, 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 nicht anfangen Okay Ich hab gedacht krass und ich starten den Du flankst alleine Look, look, wir fighten dir guys Kommt, kommt hier, hier Serie, Serie, Serie Okay Ja, wir sind auf Wakan Das ist sehr deep, wir können doch nicht helfen Okay, guys, back to fuck off So können wir das Game verdienen Ja Das ist alles Peace, calm down guys Wir können die Dock jetzt auch einfach abgeben Wir haben einen Fehler gemacht Happens Okay Ich werde kein Flash mehr Ist ja jemand gerade geflasht Ich Ich glaube, wir sollten wieder mit Unter Nash forcen drauf Die müssen euch facechecken Die haben keine Worts Macht dasselbe bitte nochmal Ja, Freya, die sollte noch mal zu mir kommen Ja, und die sollten einfach nicht starten mit dir und mir Ja Warten bis wir 5 auf der Map sind Nein, 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 bitte Also, der kommt ist nicht bad Der kommt ist ruhig nicht bad Hört doch einfach, aber trotzdem weiter Das ist immer noch gut Wir gewinnen immer noch Die haben keine Vision Rakan muss basen Die haben null Vision Wir können Nash forcen Wir können Nash forcen Nachrakan kill Oh, schade Er wird flischen Er hat eh Er hat eh Ihr könnt ihn immer noch anfangen Fangt ihn einfach an Ich habe keinen Ult jetzt für Moments Die haben null Vision Ultim 20 Meine Ultim 20 Der hat mega nah gleich Raus, 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 raus Wenn ich gleich wieder da bin, nehmen ihn wieder, okay? Ja, 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 ich habe Ultim 40 Die müssten hier facechecken Fangt ihn einfach jetzt gleich wieder an Ja, wir machen wieder Ich habe nicht all zu viel Mana Benutzt es nicht zu viel Benutzt es nicht zu viel Benutzt es nicht zu viel Schau, look Wir gehen erst gleich raus Wir gucken für ein Gage Nash wieder Nash wieder Nash wieder Nash Der Bulls und 20 zum nächsten Tag Wir haben jetzt, jetzt haben die wirklich gar keine Vision mehr, ne? Kassel, du kannst dich vielleicht jetzt gleich hierhin stellen, um zu sorgen Wollt ihr das Pinkguard clearen oder scheiß nur drauf? Ja, clears, clears, clears Das war deren einziger Pinkguard Wir sollten nicht flippen, guys Und dann warten wir Und dann warten wir Dann warten wir Kannst du ganz sorgen Ich bin zu lang, um hier weiterzumachen Hitte weiter, Hitte weiter bis 2k Das ist really flippity Actually, it is flippity Jetzt können die da reingehen Die werden reingehen jetzt auf der No Lass es cancel Lass es cancel Okay, wir müssen wieder 4 Waves spielen Das ist ja unglaublich Ja, aber wir haben Die hätten ja planning können Das ist nicht all zu weit Ja, ich fand den Versuch auch gut Wir haben auch gleich in 3 Minuten wieder Jacken Brauchst du noch mehr? Brauchst du noch mehr? Ja, danke ich bis Game, wir müssen nur wieder ruhig spielen Ja, wieder Ruhe rein Aber bitte Algumis Call am Anfang war trotzdem richtig Wir müssen gemeinsam nach rauspushen Wenn wir in Objective contesten Sonst ist es sehr viel Pressure dafür Und das muss Cassio machen Oder sie, wir Weil ich kann das nicht Ich kanns auch nicht Also Cassio ist Aufgabe basically Gerade wenn Strake ist auf Wattseite Ich hab die PIN 15 Die gehen jetzt Alle nah nach oben Ja, wir sind jetzt Nice Ja Wenn sie nochmal so hinkriegen wie gerade Dann können die mich actually Engagen auf der Die gehen full MR, ne? Die bauen alle Force Wenn irgendjemand in der Nähe ist, Bruchy Bist du vollkommen fine Du brauchst keine Angst haben Die sind aber grad nicht auf Nash drauf, oder? Nein Ich hol den Mitte Prime Ich meine, wir müssten mich halt abholen, so Wenn wir für Drag wollen 2, 50, nächster Drag Unser längster Rad ist fucking weird gerade Guys, das ist nicht weird Es ist sehr weird hier Es kann ja nicht fortgehen ohne T4 Wenn Nash ab ist Wir warten eh noch auf Drag Ist schon okay Wir müssen auf Drag warten Ja, Drag Wir müssen einfach nur Dasselbe, was wir gerade gemacht haben Bloß halt Ohne mitwenden gecached zu werden Alles Ohne mitwenden gecached zu werden Kannst du rotieren gerade das? Ja, auf den Hexen Basen Das Stopwatch Na, kann aber schon da sein Na, kann aber schon da sein Ich kann auch hier Also wir können eigentlich Hier aber nicht fighten Guck hier Ja, Akrakan, Kakakan Kakakan, Kakakan Kassier Stopp, Kassier Stopp, aber Ja, mach mal Wir haben jetzt ne große Wave Die haben ne Menge Thresher Was? Wollen wir Nash forsten? Ja, komm zum Nash Komm zum Nash Wir sind aber die Wir sollten nasty viel kriegen Wir sollten noch ne mit Wave pushen, no? Ja, auf jeden Fall Wir brauchen noch ne mit Wave Rücken muss hier bleiben Ja Du kannst da lang, du kannst da lang Weil die auf sich geht nicht gut Na, routet auch schnell rein, das ist gut Das ist ne Renata Ich bräuchte ne Honeyfood für Mana oder so Die haben actually weder 0 Worts bei Bray Die haben einen Blue Chinket grad benutzt Die haben nur als eine Also die sollten keine Vision haben Hier ist noch ein Worts Das ist Last Chinket, wir müssen nicht anfangen Jawohl, das ist wieder ein 20 Wir verdienen vieler Wave, das ist gut Ich laufe mal rein hier Ich laufe mal rein hier Fang an, fang an, fang an Ich kann aber nicht tanken, ne? Nies so lang Gehen rein Wir machen vielleicht nicht mehr Ich bin tanky, ich bin tanky Ja Ja, rechts, ja Okay, raus, raus Mitte into Bot Das ist aber für Seedett Spin, sorry Ja, ja Passiert, passiert Passiert Ich resette hier, ich brauche wieder Wishing Wir sind Vyatt geult jetzt 80 Sekunden auf meine Ult Ich bin kurz vor Wollstaff, ja Ja, Stopwatch ist broken für die Seedentfeil gleich, ne? Ja, Stopwatch ist komplett busted in dem Game Red, 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 red Ne, ich gebe jetzt der Stopwatch Gut Bobbuff muss von Freddy rausgepusht werden, wenn wir Dragon contesten wollen Und am besten contesten wir nur über Botlane, ne? Wollen wir einfach vier Botlane, einer Mitte? Ne, wir haben Xivir, ne? Ja, wir haben Xivir Alle 5 Ja, von dir aus alle 5 Ja, von dir aus alle 5 Aber dann werden wir gefankt, dann machen wir das selbe Fehler wie letztes Mal Einfach eher Wissen Aber beim letzten Mal waren wir nicht alle 5 Warum gehen wir nicht einfach alle Botlane? Komm, Botlane wird wirklich Okay Komm, Botlane Das funktioniert so viel besser Ja, wir gehen alle Botlane Wir gehen zusammen Alles Top, alles Top Alles Top, alles Top Ja, alles Top, alles Top Und dann gehen wir rein, okay? Kommt Anti-Wave Die TP mit, die TP mit der Pressure, die können Nashen, ne? Ja, egal, wir traden das dann Okay Nein, 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 dann lauft ihr dahin und ich so durch die Scheiße Kommt doch her Kommt her Kommt her Aber wenn es tut, dann nicht das Fällt auch über Nash zu reden, denn das kann ich nicht mehr das Fünfzehn Sekunden auf meine Ulti, guys, ne? Okay, die sind fünfzehn Sekunden Längs worden So, wir pushen nach unten raus und dann nehmen wir den Fight Wenn die ranken, whatever Okay, wenn die ranken, whatever Hier unten links Hier unten Wort Hier unten Wort Ziehen wir nach oben Runden Wort Wir müssen den Vision kriegen, nur Jetzt nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, in unsere Vision rein Okay, reset jetzt Gleiches Mega nach Geforst, ist nicht schlecht Er hat Mega nach Bild, ist gut Warten Wir können trotzdem, wir fighten trotzdem Wir fighten trotzdem Wir fighten trotzdem Ja, of course Renata Renata, du ultis bei 2K Rakan, komm, Rakan, komm, Rakan, komm 2 Leber noch Und sehr Thank you Ardi 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 Kardi Yaw Collins Iron administration Spin Dayton Okay, jetzt warte einfach mal bitte. Ja, mach, mach. Wir pushen echt nicht schnell. Okay, 15 Sekunden. Doch, doch, wir ziehen aber durch. Oh mein Gott. Noch so eine Series jetzt. Das ist die Wichtige. 4 Sekunden. Hit it, hit it, hit it, hit it. Wir ziehen durch, wir ziehen durch, okay? Egal was passiert, hit Nexus. Egal was passiert, hit Nexus. Hit Nexus, hit Nexus, hit Nexus. Ja, ruhig. I can't believe it. Yes! I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't. Oh nein. Es ist unglaublich. Oh mein Gott. Damn. Oh mein Gott. Mikrofon, sound muted. Okay, meine Damen und Herren. Das war's, wir sind in der Relegation. In der Promotion. Oh shit. Das war's, viel Spaß damit. Genieß es und ich gehe jetzt zu den anderen Feiern. Bye. 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 Vielen Dank.